Hi Leute, mein Name ist Jomaro. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Seit Tagen überlege ich hier eine ganze Zeit noch, was ich für den 500 Abonnenten Special machen kann. Ich habe so lange gegrübelt, mir überlegt, was kann man machen, was wäre der Sache gerecht. Aber ey, langsam denke ich einfach nur, what the fuck, es ist nur eine Zahl, 500 Abonnenten. Aber es steckt doch mehr dahinter und 500 Abonnenten heißt doch nicht, dass 500 Leute hier sind, nicht einer weniger, nicht einer mehr. Deswegen ist es einfach schwachsinnig gewesen, dass ich mir so einen in den Kopf darum gemacht habe. Ich versuche einfach weiterhin gute Videos zu bringen und werde auch natürlich noch ein paar Specials machen, sodass einfach mal etwas Besonderes kommt. Was aber nicht als Special für diese Zahl gilt, sondern einfach nur daran, dass ich einfach in dieser Situation mehr Zeit hatte oder mehr Zeit nehmen wollte, weil ich es einfach möchte, weil YouTube einfach dafür da ist, das zu machen, was man Bock hat. Und ich finde einfach, ich brauche kein 500 Abonnenten Special an sich zu machen. Es reicht, wenn ich 500 Abonnenten habe und mich darüber freue. Überlegt doch mal. Ich habe in der Zeit, wo ich hier über dieses 500 Abonnenten Special nachdenke, das war schon seitdem ich 450 hatte, habe ich jetzt schon wieder 550 erreicht, Leute. Ist doch schwachsinnig, sich da die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, weil wann die Zahl und wann das ist. Da müsste ich ja jetzt gleich wieder ein 600 Abonnenten Special machen. Also Leute, ich werde einfach es so machen, ich haue mein Taxi-Pack raus, sobald ich es fertig habe. Dann könnt ihr es runterladen, habt ihr ein Taxi-Pack von Insekten-Army. Dann werde ich einfach ein, zwei Roleplay-Folgen bringen, wenn ich es schaffe. Werde weiterhin mein Content bringen, werde weiterhin versuchen, mich zu verbessern, einfach bessere Videos zu bringen und einfach mehr Spaß und einfach Spaß zu haben. Leute, einfach mal relaxed bleiben, das wird schon, Leute. Also macht euch da auf jeden Fall keine Sorgen, es werden weiter Videos kommen. Aber wartet bitte nicht auf ein überkrasses Video. Wenn ihr ein Video gut findet, dann müsst ihr es suchen bei meinen jetzigen Kanten-Videos oder einfach nur bei den Special-Videos, beim Roleplay-Videos oder was ihr Lust habt. Ich danke euch zu diesem 500 Special, nicht Special, Special. Auf jeden Fall danke, dass ihr hier wart und Peace out. Auf jeden Fall danke, dass ihr unterstützt.